sicher weg da ich hab eben bei dir auf die Ampel geguckt ich vercheck die Ampel immer, ich kapier das sowieso nicht schlecht bist, darum Michi Michi ich wollte mich gerade überholen die Eile tadaa jetzt mach mal die Karte wieder an welche Karte? das kannst du selber machen ich weiß kann ich glaub bei mir auch ja aber ich spiel nicht mit der Musik rum ich kann die gar nicht an machen doch kannst du, dann hast du andere Knöpfe dafür welcher ist es bei dir? bei mir ist es der diese C-Steuerung oben der obere Knopf kann die gar nicht bei mir machen ach C? diese C-Steuerung ist es ja da hat Donkey komm ja 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 und ist da eben echt rüber? ja da kommst du auch auch so kommst du rüber ja ja aber ist schwerer aber machbar ja aber ist schwerer alter friss warte vorne meine Fresse ey falle mich wieder was ist denn hier alles dazwischen? es geht bei euch falsch nein ja ja der letzten kannst du nicht einsetzen ja total irgendwie total komisch ey ne das war hier immer genau hol mich noch ein oh oh sicher hol mich doch alle ein hier ja ja was ist mit euch denn falsch? alles was mit dir nicht richtig ist total schlimm grade komm ich eh nicht zwischen Alter jetzt komm ich da nicht zwischen weil Mario da weg ist oder was? du kacklappen ahhh du bist genau so schnell wie die anderen aber die freunden dich auch schon wieder einfreunden ne fuck bin ich in mein eigenes Teil reingefahren vielleicht nicht mehr ausweichen konnte ich weiß du schießt mich leer ab ich kenn das schon ich will dich gar nicht abschießen aber trotzdem hab ich aus dem in deiner Richtung geschossen weil du noch so weit neben mir warst naja weil wir die weil ich der nächste bin wir gleich rammen ne dann knallst bei irgendeinem von uns du hästiger Affe ich kann nix dafür ich hab dann gesagt das knallt gleich bei uns irgendeinem ja wieso fliegen die Gegner nicht hoch wenn du triffst ist doch klar jetzt hab ich mich selbst getroffen was weil ich direkt Mario dann im Weg gefahren bin in dem Moment jetzt bin ich auch noch sechster was soll denn der Dreck ok sauberstern und dann der Panzer an dir vorbei der rote ach das war meiner sogar was war das denn grad für'n Geräusch das war Mario so der irgendwo reingefahren ich würde mal nehmen das sind so viele Bananen ne ja wurde jemand wohl ausgerutscht ist dann ja ist klar ach panzer kann ich einsetzen aber der panzer verschwunden ja behindert ist das denn ovario kommt noch oder den 1 6 was für ein dreck gerade ein dreck zu runde war das ich hab nur aufgeholt weil ich diese abkürzung genutzt hat hätte ich auch verkackt hätte mir die runde normal machen müssen warum wenn du auch verkackt ist meine ich ja klar aber habe ich ja nicht meine fresse tut mir leid nachher zu faul ich gehe gar nicht beherrsch dich doch mal nee letzte ja letzte ne vorletzte was kommt denn dann für eine strecke noch ne das ist die letzte hat deine strecke übersprungen nein die normale strecke die erste die maulwurst strecke gerade die aqua strecke ach ja ach ja wichtigen krepp schön auf der strecke bleiben ja ist richtig und ich fahr noch in barrio rein und peach hey was hat peach denn sich getroffen die hat wahrscheinlich in stellen hat sie auch sie blinkt nämlich noch der karte das ist erster ich bin auf die banane drauf gesprungen ich glaube schon recht dank gekommen von hinten und haben mich noch mal wollen wir das alles komplett durchziehen dann noch heute oder das war mal gucken das ist mal gleich mal gucken wie der erste cup hier ausfällt scheiße reicht schon für mich da kann sich noch alles ändern ja kann sich noch alles ändern wie denn wenn ich nur neun punkte gerade macht dann musst du zweiter oder erster werden du mit einer power schattel glaubst du nicht dass ich das hinkriege ich kriege alles immerhin aber die computer sind trotzdem zu blöd zum bremsten alter wo ist denn der erste platz vorne weit vorne siehst du ziemlich wahrheit was soll denn scheiß weil er ist bestimmt so weit vorne ist deswegen kriegen wir jetzt pilze ja ja ich mag die scheiß logik ehrlich mal andere sachen kannst du besser gebrauchen ich könnte schön ich kann schildkröten besser gebrauchen oh du hässlicher bastard donkey kong ich fick dich echt sie ist auf jeden fall schon mal ja jetzt räume ich erst mal den weg auf da kannst du durchfahren durchfangen und dann guck mal wie schnell vario ist dieser fette sack das ist voll unlogisch ehrlich das war wirklich voll unlogisch früher oh komm schon bitte aber als tenniskind hast du dir keine Sorgen da drum gemacht oh mein gott du bist normalerweise keine ausgeratzte aber egal ja ja sie hat sich mit irgendwas selber getroffen ja klar aber vor allem wenn die nicht in sichtweite sind dann fliegen die nicht hoch ne ja 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 die fliegen dann nur hoch wenn du in sichtweite bist bei denen das ist total komisch ja ich sag ja früher war das echt komisch programmiert alter mein einzigster schutz aber ich bin zu weit hinten ich schaffe nur viel daran wenn ich nicht überholt werde noch aber jetzt musst du zwei eine will ich noch behalten wirst du da ist nämlich schießt noch einer ne schießt gar keine ne donkey kong ist schon drunter ja bing oh joshy kommt joshy kommt joshy kommt joshy kommt ah geschafft das ist verdammte scheiße lächerlich ah ich hab die panze eben noch abgeschossen ja mein gott oh guck mal wie lange pauser braucht ins ziel zu kommen ja sicher wird jetzt erstmal schön überholt noch ich glaub das werden wir ja ein ding ging schon runter aber ich glaub das werden wir nicht mehr sehen sehen wir doch auch nicht mehr siehst du doch ne kommt keine kameraführung mehr nach vorne ja boi behindert später bin ich wieder bäh ich krieg ganz kotzen stehst du schon wieder abseits ist aber immer mit dabei ja boi bringt mir aber nichts weil ich keinen Pokal krieg dit 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 da 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 dem 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 dein dass wenn ich kein Ich bin der Best! Flasch ist der Best! Halt doch! Deine Summe! Fretze! Warum? Warum? Weil ich am der Best bin? Nein. Aber wir machen das wieder nach jedem Cup. Dass wir cutten, ne? Ja sicher! Für mich besser! I'm the Best! Flasch hat dich im Pokal geholt! Fick dich ins Klee! Na gut Leute, aber damit würden wir sagen, bis zum nächsten Mal beim Mario Kart! Ihr seid sich mit dem Flash! Mit Centos dem Verrückten! Tschüss! Aua!